Grüß dich! Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dich und dein Leben verändern willst. Ja, sonst wärst du wohl nicht auf meiner Seite gelandet. Ganz ehrlich, so schwer ist das nicht, wenn man versteht, warum man ist, wie man ist und wie man sich tatsächlich und nachhaltig verändern kann. Und damit du das besser verstehen kannst, habe ich ein Konzept entwickelt. The Circle Concept. Und dieses Konzept erklärt auf ganz einfache Art und Weise, wie wir uns, egal wo wir gerade in unserem Leben stehen, also wie wir uns und unser Leben verbessern können, damit wir glücklich und erfolgreich sind. Und weißt du, für die meisten Menschen kommt irgendwann der Punkt im Leben, wo ihre Lebenskonzepte, Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr zusammenpassen. Sie sind unzufrieden und fühlen sich durch äußere Umstände fremdbestimmt. Oft spüren sie sich gar nicht mehr und fragen sich, ob das jetzt wohl alles war. Kennst du das? Ja, dann horche jetzt auf. Denn dieser Punkt bietet dir die Gelegenheit herauszufinden, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht. Du kannst dich aber auch weiterhin mit deiner Unzufriedenheit arrangieren. Aber meistens kommt es dann doch zu einer Talfahrt in deinem Leben. Etwas, was du eigentlich verhindern wolltest. Ich bin Anja und seit 20 Jahren Business- und Life-Coach. Und ich begleite Menschen in die beste Zeit ihres Lebens. Und ich helfe ihnen natürlich auch dort zu bleiben. Letztendlich wird es nämlich eine Reise vom Kopf ins Herz. Und wenn du mich bereits kennst, weißt du, dass das Herz und Herzintelligenz und Herzensqualitäten eine bedeutende Rolle in meinem eigenen Leben spielen. Ich kann mich noch gut an 2007, meinem Super-GAU-Jahr erinnern. Nach einem Grenzerlebnis, und vielleicht erzähle ich dir an anderer Stelle mal mehr davon, traf ich die Entscheidung, den Weg zu mir und meinem Herzen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt war ich ausgebrannt, enttäuscht, am Boden zerstört, finanziell am Ende und chronisch erkrankt. Aber diese Entscheidung, meinen Herzensweg zu gehen und die Entscheidung, die daraus folgten, haben mein Leben in kurzer Zeit komplett verändert. Und heute lebe ich ein Leben, das mich erfüllt und glücklich macht. Ich bin in einer wunderbaren Liebesbeziehung. Ich liebe meine Arbeit und morgens schaue ich auf die wunderschöne Bergkette in den Alpen. Ich liebe es, wenn Glücksgefühle hoch bluppern und ich zu all meinen Lebensbereichen ein klares Ja sagen kann. Und weißt du was? Du kannst es auch schaffen. Und wenn du willst, zeige ich dir, wie das geht. Du hast jetzt hier drei Wahlmöglichkeiten. Du findest sie hier unter dem Video. Du kannst erstens direkt mit mir ein Impulsgespräch führen und wir finden gemeinsam heraus, wo du gerade stehst und was du konkret brauchst. Zweitens kannst du dich über das Best Time Ever Jahresprogramm informieren. Wenn du diesen Button hier klickst, kommst du direkt auf die Seite, wo du detaillierte Informationen bekommst über das Programm. Ja, du erfährst Informationen, Inhalte und der Aufbau dieses Programmes. Und drittens kannst du dich für das nächste kostenfreie, dreiteilige Best Time Training anmelden. Du findest dort die nächsten Termine und kannst dich auf die Teilnehmerliste setzen lassen. In diesem Training lernst du die ersten wichtigen Schritte kennen, die sich übrigens sehr einfach und sofort umsetzen lassen. Denn ich möchte, dass du den Schwung aus dem Training mitnimmst und vorankommst. Ja, soweit erstmal. Dein nächster Schritt ist es nun, eine Entscheidung zu treffen. Also zögere nicht. Und ich freue mich riesig, wenn wir deine Reise in die beste Zeit deines Lebens gemeinsam gehen werden. Alles Liebe, tschüss und mach's gut. Deine Anja Deine Anja Deine Anja Deine Anja Deine Anja Deine Anja